Die Drehbucharbeit Sie haben tatsächlich eine Berghütte? Oh ja, warum nicht? Ich bin fast jedes Wochenende oben, Sommer und Winter. Sie ist ein bisschen einsam, aber das habe ich gerade gern. Sie müssen mal mitkommen. Wenn ich nicht störe? Ich habe oft Besuch. So? Zu zweit ist es fast noch schöner dort oben. Kann ich mir denken. Manchmal kommt nämlich der Veit Laufer mit oder der Büffel. Boah, Büffel. Mögen Sie ihn nicht? Weiß Gott nicht. Typisch. Wieso? Das ist am Anfang immer so mit Frauen wie... mit ihm. Dann schlägt es uns Gegenteil. Sie haben im Ernst befürchtet, Büffel, und ich könnten vielleicht... Befürchtet nicht gerade. Wenn Sie schon so etwas denken, dann könnten Sie es wenigstens befürchten. Ich will ganz ehrlich sein. Ein bisschen habe ich es befürchtet. Das ist alles. Das ist alles. Vielen Dank.